Moin Moin und herzlich willkommen hier zu What's Tale mal wieder! Ja, ich hab gesagt, ich spiele das war nicht mehr, aber es ist auch gerade kostenlos, es ist eine Let's Fun Folge und ich habe gesehen, Einstellungen, es gibt einen Noob Modus. Weißt du was, wir versuchen das mit dem Noob Modus, machen ganz von vorne, Enter the Space Und Noob Modus bedeutet, dass man zum einen jetzt hier so rote Dinger hier sieht, ich habe nämlich schon für zwei Minuten kurz gespielt, um zu gucken, was dieser Noob Modus ist. Hier hat man so rote Dinger, wenn man da rauf geht, dann sieht man Dinge, wie man zum Beispiel dieses Level schaffen kann. Und wir haben jetzt über den Kopf diese grüne Space Anzeige. Also wie lange ich hier gedrückt halte, hier auf BIP, BIP, BIP und hier ist Maximum. So, da rauf das halt, von dort aus Maximum, BAM. So müssen wir das also machen. Da oben sieht man jetzt, wie man das schaffen kann. PAM, PUM. So, und flupp. Hier haben wir kein Level, aber, also kein Hinweis, aber das macht nichts. Einfach, das weiß ich ja alles noch. So, auch hier haben wir wieder so einen kleinen Hinweis, das heißt vorne an der Kante, WUM, BAM, BUM. Das wissen wir auch. Leider weiß man aber auch nicht mehr, also man weiß halt von dort aus jetzt quasi, eigentlich geht gar nicht. Wie man weiterkommt. Und von hier aus kommt man natürlich nur weiter, wenn man jetzt hier nach rechts geht. Also, es ist halt kein, in dem Sinne kein, keine richtige Hilfe. So, da ist der Hinweis. Zack, von dort aus, BUM. Das weiß ich doch. Diesen Sprung weiß ich doch, aber wie komme ich denn von hier aus weiter? Diesen Sprung haben wir selber auch schon herausgefunden. So, jetzt ist die Frage, wie viel Power, ne? Puff. Das zum Beispiel nicht. Kaum machst du einen Fehler, fällst du direkt in die Wallahein. Ja, Puff, Puff. Und flupp. Ah, nee, ich muss ja, ah, nee. Guck mal, das passiert dann, wenn so eine Scheiße passiert. Ja, hier vorne an der Kante sind wir richtig. Boim, boim. So, kurz nach da. Guck mal, das war schon zu viel. Ich hasse mein Leben. So. Vielleicht schaffen wir das jetzt. Ich glaube, es ist aber immer noch nicht. Auch der Noob-Modus wird nicht verhindern, dass ich scheiße bin. Ich brauche keinen Noob-Modus. Ich brauche einen Idioten-Modus. Also noch unterm Noob. Ich brauche hier richtig Anweisungen. Wie ich jetzt... Das ist doch... Was ist das hier für ein Hinweis? Diesen Hinweis kenne ich doch. Ich weiß doch, dass ich da oben hin muss. Und wie ich da oben hinkomme. Das haben wir doch alles schon herausgefunden. Aber von hier aus. Wie viel Power. So, warte mal. Die Power geht bis... Ja, das schweiz wird keiner. Bis hier. Nee, das war schon wieder zu wenig. Und schon fallen wir wieder das Tod... Ach, komm. Ja, genau. Jo. Why not? Why not? Ich sehe jetzt schon, am liebsten würde ich doch schon wieder Gras fressen gehen. Also nicht, Mario. Ach, komm mal da. Nee, gar nicht. Ich dachte gerade, komm mal da unten ist ja auch eine Hilfe. Aber das ist ja nur diese 10 Minuten. Weißt du was? Die hole ich mir jetzt auch. Die 10 Minuten. Die gönne ich mir jetzt. sagt, jo. Ich möchte eine Flagge kaufen. Dankeschön. Ich möchte auch am liebsten 50 Flaggen holen. Damit ich direkt... Also dieser Balken geht eigentlich so bis kurz vor der Nase. Also bis zur Nase, ne? Das wäre auch... Ich hasse das Spiel. Habt ihr das Spiel denn schon gespielt? Habt ihr euch geärgert? Seid ihr weitergekommen? Seid ihr denn, wenn ihr weitergekommen seid, runtergefallen und habt richtig gekotzt? Ich kann mir gut vorstellen, wenn du noch höher kommst, dass du einfach des Todes kotzen tust, wenn du so runterfällst. Vor allem an dieser Einstelle. Hier ist das ja einfach nur Maximum Power. Wumm. Quatsch. So, aber da oben ist das ja Präsidionsarbeit, ne? Da darf man ja nicht zu wenig Power haben. Oder auch nicht zu viel, weil sonst fliegst du ja über dein Ziel hinaus. Ja. Wups. Quatsch. So, jetzt vielleicht... Ja! Ich mach hier ne Flagge erstmal hin. So, jetzt. Da hoch. Und jetzt volle Pulle. 100% volle Pulle. Und jetzt. Da rüber. Wup. Hallo. Ich möchte was kaufen. Hallo. Hallo. Ich hab Enter gedrückt. Ich hab ja die Flagge da hingelegt. Und wenn ich Enter drücke, spawne ich zur Flagge. Und ich hab gedacht, da oben bei dieser blöden Ziege, ich muss Enter drücken, um mit ihr zu reden. Äh, äh. Jetzt, ich... Da werde ich nicht wieder hochkommen. Das war meine Chance. Und die hab ich vergankt. Nein! Wann hoch! Das schaff ich niemals. Das schaff ich nie mehr. Das, meine Damen und Herren, war das Todesurteil. Was geht? Was geht? Was ist hier los? Ich hab mir mal eben eine Flagge. Einmal versuchen wir das noch. Und dann Ragequitte ich. Für die, die nicht wissen, was Ragequit ist, wie zum Beispiel mal ein Schwein. Ragequits bedeutet, man dreht durch und macht das Spiel einfach aus und installiert es und dreht richtig durch und frisst ein Besen. Mann, ich war oben und ich hab... Ich bin nicht mal runtergefallen wegen einem Fehler. Oh, was will ich da noch? Sondern, weil ich einfach nur Scheiße bin. Einfach Scheiße gedrückt haben. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, wir gehen jetzt hier wieder hoch. Oh, ich hätte auch irgendwie mir gewünscht, ich hätte mich davon aus, dass man das schafft, gewünscht, dass ich die Flagge noch gehabt hätte und sie da oben hingepackt hätte. Miau, boing, boing. Nicht so viel. Nicht zu viel, meine Damen und Herren. Dieser scheiß Balken, der bringt mir auch gar nichts, weil ich ihn nicht weiß. Also, lange habe ich es aber drauf. Aber da komme ich irgendwie nicht hoch. Wie habe ich das im Folgenden gemacht? Weiter... Weiter rechts? Ey, jetzt mittlerweile schaffe ich das. Aber ich bin ja auch schon 50 Mal runtergefahren. Hier packe ich noch keine Fahne hin. Ich hätte aber eine Fahne packen sollen. Aber du mal, ich kann das noch retten. Warum quetscht er sich da immer oben hin? Ich kann das noch retten. Ich will noch keine Fahne hinlegen. Ich will hier jetzt erstmal... Nein. Das war zu viel Power, okay. Ich will hier aber noch keine Fahne packen. Ich weiß noch nicht, wo ich die Fahne packen will. Aber hier wäre einfach die Fahne noch verschwenden. Aber hier ist es ja noch easy. Nein, hä? I-U... Fahne! 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 Wow. Untertitelung. BR 2018